liebe zuschauer liebe episoden herzlich willkommen in einer neuen folge hier bei mir im kanal und mir geht es heute um den vermeintlichen fluch des pharaos ich habe für euch ist es hier im hintergrund schon einen wissenschaftlichen artikel dabei welcher am 31 märz dieses jahres veröffentlicht wurde ich habe uns das ganze auch schon übersetzen lassen und ich werde hier kurz darauf eingehen dann schauen wir uns das ganze sag ich mal ein bisschen flotter zusammengefasst an gehen dann wieder zurück in diesen artikel und so weiter und so fort lasst euch einfach überraschen hier steht der fluch des pharaos neue hinweise auf ungewöhnliche todesfälle im zusammenhang mit altägyptischen gräbern der auf einigen ägyptischen gräbern geschriebene fluch des pharaos könnte vor mysteriösen todesfällen gewarnt haben die tatsächlich aus strahlenvergiftung zurückzuführen sind eine umfrage unter ägyptologen der neuzeit ergab eine sehr hohe häufigkeit ungewöhnlicher todesfälle im zusammenhang mit symptomen von hematopoetischen krebs einem szenario das mit der strahlenkrankheit vergleichbar ist die durch die exposition gegenüber ungewöhnlich hohe strahlung verursacht wird über die zuvor in antiken gräbern berichtet wurde die hohe strahlung in gräbern lässt sich jedoch nicht durch den natürlichen hintergrund erklären der im kalkstein grundgestein selten vorkommt hier offenbart eine erneute untersuchung der ägyptischen bestattungsliteratur hinweise auf safrankuchen in portionen von 235 also yellow cake u 235 der durch eine unsichtbaren ausflusskraft verleiht und ein erbe gefährlicher exkremente hinterlässt also abfälle die in einem unterdischen grab namens per diet begraben wurden ein sogenanntes millionen jahre haus der alte fluch warnt davor dass diejenigen die dieses grab öffnen oder zerstören an einer krankheit sterben werden die kein arzt diagnostizieren kann dieser yellow cake um da kurz darauf einzugehen ist also auf englisch gelbkuchen ist ein pulverförmiges gemisch von uran verbindung der name stammt von der ursprünglich gelben farbe des pulvers hier sehen wir es da drüben aus früheren herstellungsverfahren also was sehr gut in die zeit reinpassen würde und aufgrund der heute verwendeten höheren temperaturen hat er heute eine andere farbe die anwendung von diesem yellow cake das ist sehr interessant yellow cake ist der ausgangsstoff für die herstellung von brennelementen die weiteren verarbeitungsschritte hängen davon ab in welchem reaktor typ das uran eingesetzt worden soll eingesetzt werden soll also das mal so bissel im hinterkopf behalten und wenn wir hier mal weiter schauen sowohl die heutige als auch die alte ägyptische bevölkerung ist doch eine ungewöhnlich hohe inzidenz von hematopoetischen krebserkrankungen von knochenblut lymphe gekennzeichnet deren primäre bekannte ursache strahlenexposition ist in den letzten jahren wurde die populäre mythologie vom fluch des pharaos ausschließlich mit der entdeckung des grabes von tut an chamun im jahre 1922 in verbindung gebracht woraufhin der sponsor der erkundung lord carnavon ungewöhnlicherweise innerhalb weniger wochen starb die geschichte des fluchs ist jedoch viel älter und reicht bis in das frühe alte reich von circa 3000 vor christus zurück im alten ägypten wurde das grab selbst per jet genannt was haus der ewigkeit bedeutet also dieses millionenhaus das ganze ist natürlich eine übersetzung aus dem englischen ins deutsche und ich werde auswollen was möglich ist und wurde in religiösen begriffen als heilig oder sakrosand unzugänglich charakterisiert dieses alte wissen gegen in die moderne arabische folklore über wo frühe europäische archäologen festhielten dass die ruinen immer noch haram el mastabat verbotene oder verbotene mastaba genannt wurden und lokale führer sich aus angst vor illa hat weigerten sich dem ganzen zu nähern also vor bösen geistern die natur des fluchs war auf einigen gräbern ausdrücklich eingraviert wobei eines davon vorausschauend übersetzt wurde wer dieses grab zerbricht wird den tod durch eine krankheit finden die kein arzt diagnostizieren kann der uralte fluch wurde von modernen archäologen erkannt der britische ägyptologe arthur weigel ein rivale von howard carter bei der ausgrabung rund um themen beobachtete einen jubelten caravan mit carter zusammen als er tods grab betrat und bemerkte gegenüber einem kollegen er wird in sechs wochen tot sein ironischerweise starb caravan wenige wochen nach der unsicheren diagnose einer blutvergiftung und lungenentzündung während weigel im alter von 54 jahren vorzeitig an krebs starb und carter dann später im alter von 65 jahren an einem hotchkin lymph hohen obwohl die geschichte des fluchs seit lange bekannt ist wurde er von den frühen ägyptologen nicht ernst genommen auf dem höhepunkt der ägypto ägyptomanie romanze stellte die boulevard presse extravagante behauptung über die bösartigen geister von tods grab auf doch orthodoxe ägyptologen reagierten doch orthodoxe ägyptologen reagierten verächtlich carter spottete alle vernünftigen menschen sollten solche verbindungen solche erfindung entschuldigung mit verachtung zurückweisen trotzdem war ängstlich genug abstriche vom sarkophag und luftproben zu nehmen doch alle waren steril trotz seiner verachtung achtete carter darauf test innerhalb der grenzen des wissens und technologie durchzuführen die 22 schon verfügbar waren neue studien haben nun ergeben dass die antiken gräber stark radioaktiv sind und hier wird gezeigt dass ägyptologen die die gräber erforschten häufig an hematopoetischen krebs und damit verbundenen symptomen einer sogenannten strahlenkrankheit litten einschließlich carter der an hotchkin lymphom verstarb jetzt schauen wir uns das ganze mal hier an ich wie ihr wisst ich bin kein großer fan von mail online aber die haben das wirklich schön zusammengefasst auch mit ein paar bildern gespickt und das ganze gucken wir uns hier mal an ein wissenschaftler von dem wir gerade schon den wissenschaftlichen artikel gesehen haben behauptet die ursache des fluchts des pharaos geklärt zu haben bei dem vermutlich mehr als 20 menschen getötet wurden die 1922 das grab von könig tutanj amun öffneten ein altägyptischer text droht jedem der mumifizierte königliche überreste stört mit dem tod durch eine krankheit die kein arzt diagnostizieren kann und dieser ross fellows der den artikel geschrieben hat also nicht diesen sondern den wissenschaftlichen artikel der hat vermutet dass es einen biologischen grund für die todesfälle gibt die studie ergab dass die ursache eine strahlenvergiftung durch natürliche elemente die uran enthalten und giftmüll waren der absichtlich in den versiegelten tresor raum verbracht wurde der kontakt mit substanzen könnte zu bestimmten krebsarten geführt haben wie zum beispiel den krebs bei dem der archäologe howard carter dann ums leben kam der erste mensch der vor mehr als 100 jahren tuz grab betrat die theorie beweist effektiv dass das gab tatsächlich verflucht war wenn auch auf absichtliche biologische weise und nicht auf übernatürliche weise wie einige alte ägyptologen vermuten wir sehen hier kater auf dem bild des howard carter zu sehen brauche ich euch ja nur vorlesen von dem lange gesagt wurde er sei an dem fluch gestorben hier sehen wir die bürste von tut anj amun carter starb 1939 wahrscheinlich an einem herzinfarkt nach einem langkampf gegen das hotkin lymphom und das keim bekämpfende immunsystem des körpers welches das keim bekämpfende immunsystem des körpers beeinträchtigt und strahlenvergiftung wurde als ursache für den krebs in verbindung gewacht lord carter einer der männer die ebenfalls durch die mitschätzung mit schätzen gefüllten räume ging starb fünf monate nach der entdeckung an einer blutvergiftung er litt einen schweren mückenstich der sich nach einem rasierschnitt entzündete kurz nach der graböffnung kam es zu einem kurzen stromausfall in ganz kairo gegen die ganzen lichter aus carnivans sohn berichtete auch dass sein lieblingshund heute und plötzlich tot umfiel andere an der ausgrabung beteiligte personen starben an der stickung schlaganfall diabetes herzversagen lungenentzündung vergiftung malaria und röntgenstrahlung sie alle starben in ihren fünfzigern der britische ägyptologe arthur weigel nahm an der eröffnung von tods gab teil wo ihm vorgeworfen wurde die mythos des flugs geschürzt haben er starb im alter von 54 jahren an krebs und hier sehen wir lord caravan auf der linken seite und howard carter rechts hier sehen wir einen oder diesen diesen raum den sie da geöffnet haben hier sehen wir könig tut der im alter von etwa 18 jahren starb die todesursache ist unbekannt abgebildet ist das gesicht des jungen nachdem er aus seinen mumienbandagen ausgepackt wurde in schriften die in anderen gräbern in ganz ägypten gefunden wurden deuten jedoch darauf hin dass die alten menschen von diesen giftstoffen wussten der text enthielt bereiche die wegen böser geister verboten waren die im journal of scientific exploration wo wir gerade eben vor schon waren veröffentlichte studie erklärt dass hohe strahlungswerte auch in grabruinen des alten reichs an zwei orten in gizeh und dem meeren unterirdischen gräben in sakkara dokumentiert wurden die gleiche schlussfolgerung wurde auch im gesamten osiris grab in gizeh gefunden fellows stellte fest dass mit zwei steinkassetten insbesondere im inneren eine starke radioaktivität verbunden war und hier sehen wir wirklich ein interessantes bild abgebildet ist ein mittagessen in einem grab anwesend sind jota breasted gestorben an röntgenstrahlung harry burton gestorben an diabetes a lucas a r kalender gestorben an krankheit arthur mays gestorben an gift und alle wurden nicht älter als 50 der erste blick auf das grab als die tür aufgebrochen wurde professor robert tempel stellte fest dass die kassetten aus basalt bestanden und stellte fest dass sie eine punktuelle strahlungsquelle waren im gegensatz zu allgemein spuren natürlicher mengen von radon aus den umgebenden kalkstein grundgestein andere studien haben radon gas an verschiedenen stellen in gräbern in sakkara direkt gemessen radon gas ist ein zwischenprodukt des uranzerfalls mit einer halbwertszeit von 3,8 tagen an sechs stellen in den ruinen von sakkara wurden radon konzentrationen in der umgebung festgestellt im südgrab in dem magazin der diosa pyramide und in den serapeum grabtunneln tausende töpfe die in den 1960er jahren unter den stufenpyramiden ausgegraben wurden enthielten bis zu 200 tonnen unbekannter substanzen die noch nicht identifiziert wurden was darauf hindeutet dass giftstoffe zusammen mit mumifizierten überresten vergraben wurden in schriften die in andere gräber in ganz ägypten gefunden wurden deuten jedoch darauf hin dass die alten menschen von diesen giftstoffen wussten der text enthält bereiche die wegen böser geister verboten waren hier sehen wir diese töpfe die wie gesagt 200 tonnen unbekannter substanzen ergeben die noch nicht identifiziert wurden berichte berichtete starke strahlungen wie radon in grabruinen wurden lose auf den natürlichen hintergrund des muttergrundgesteins zurückgeführt die werte sind jedoch ungewöhnlich hoch und lokal begrenzt was nicht mit den eigenschaften des grundgesteins übereinstimmt sondern auf andere unnatürliche quellen schließen ist am 4 november 1922 fand katas gruppe stufen die zum grab von tutankhamun führten und verbrachten mehrere monate damit diesen vorraum zu katalogisieren das team öffnete die grabkammer und entdeckte den sarkophag im februar des folgenden jahres hier sehen wir wieder das gesicht von tutankhamun dann hier die füße die da unter der decke da raus gucken das gab gilt als eines der aufwendigsten das je entdeckt wurde und ist mit wertvollen gegenständen gefüllt die dem jungen pharao seiner reise ins jenseits behilflich sein sollten der fundus an grabbeigaben umfasst 5000 gegenstände darunter bestattungsschuhe aus massivem gold statuen spiele und seltsame tiere die geringe größe von tutankhamuns grabkammer angesichts seiner stellung in der ägyptischen geschichte gibt experten seit jahren rätsel auf kater und sein team brauchten zehn jahre um das grab von seinen schätzen zu befreien der junge könig war ein ägyptischer pharao der 18 dynastie und regierte zwischen 1332 vor christus und 1323 vor christus als tod könig wurde heiratete er seine halbschwester anke sehen paten und er starb im alter von etwa 18 jahren die todesursache ist unbekannt die junge könig litt jedoch unter gesundheitlichen problemen da seine eltern geschwister waren also inzucht eine rekonstruktion seines gesichts und körper zeigte der welt welche leiden er möglicherweise erlitten hatte und hier sehen wir eine rekonstruktion dieses tutankhamuns und seinen körper sehen wir hier seine probleme er hatte bockzähne dann hatte er einen klumpfuß und ein mädchenhaftes becken was hier wirklich prominent zur schau kommt und wie aus den detailliertesten untersuchungen der überreste des altägyptischen pharaos hervorgeht dann haben sie hier auch scans der überreste verwendet um sein gesicht wieder zu rekonstruieren und hier sehen wir ihn so ihr habt bestimmt auch schon bilder gesehen wo das damals durch die presse ging so sah könig tut vermeintlich aus und wichtig ist auch hier die hautfarbe denn es wird auch immer wieder gerne falsch dargestellt aber so ungefähr sah könig tut mal aus vor langer zeit eine virtuelle autopsie bestehend aus mehr als 2000 computerscans wurde zusammen mit einer genetischen analyse von tutankhamuns familie durchgeführt die den beweis dafür stützt dass seine eltern geschwister waren und dieser könig tut der hatte wie gesagt bockzähne ein klumpfuß und mädchenhafte hüften wie aus diesen untersuchungen der überreste hervorgeht und anstatt ein junger könig mit einer vorliebe für wagenrennen zu sein verließ sich tut während seiner herrschaft im 14 jahrhundert vor christus auf spazierstöcke um sich fortbewegen zu können eine virtuelle autopsie bestehend aus mehr als 2000 computerscans wurde zusammen mit einer genetischen analyse von seiner familie durchgeführt die den beweis stürzt dass seine eltern in betrieben haben die wissenschaftler glauben dass dies zu den körperlichen beeinträchtigungen führte die durch hormonelle ungleichgewichte ausgelöst wurden und seine familiengeschichte könnte auch zu seinem vorzeitigen tod im späten teenager alter geführt haben verschiedene mythen besagen dass er ermordet wurde oder in einem streitwagen unfall verwickelt war nachdem brüche in seinem schädel und anderen teilen seines skeletts festgestellt wurden aber kürzlich haben wissenschaftler vermutet dass könig tod möglicherweise an dieser erbkrankheit verstorben ist da vor seinem tod nur einer der brüche auftrat und sein klumpfuß ein wagenrennen unmöglich gemacht hätte hut an aschrafian dozent für chirurgie am imperial college in london sagt dass mehrere familienmitglieder offenbar an beschwerden gelitten hätten die durch hormonelle ungleichgewichte erklärt werden können beweise für die körperlichen einschränkungen vom könig tut wurden auch durch 130 gebrauchte spazierstöcke geschützt die in seinem gab gefunden wurden genau das ist hier wirklich schnell und gut zusammengefasst was dann eigentlich hier drin steht natürlich ist diese wissenschaftliche abhandlung die ich euch hier zeige noch viel tiefer gehend ihr kriegt alle links in der video beschreibung aber wie ich möchte hier noch ein bisschen mit euch in das ganze hinein schauen wie haben wir zusammenfassung dieser unorthodoxen hypothese im alten ägypten kam es ungewöhnlich häufig zu krebs und undefinierten vergiftung die in der übersetzung auf hungersnot pest oder böse geister zurückgeführt werden moderne studien bestätigen eine sehr hohe strahlenbelastung in den gräbern des alten ägyptens die etwa zehnmal so hoch ist wie die akzeptierten sicherheitsstandards dann haben wir hier diese umfrage die gemeldete starke strahlung in form von radon in grabruin wurde lose der natürlichen hintergrund strahlungen zugeschrieben die werte sind jedoch so hoch und örtlich begrenzt wir haben es ja vorher gehört punktuelle quellen was nicht mit den eigenschaften des kalkstein grundgesteins übereinstimmt die untersuchung der ägyptischen grab literatur offenbart explizite hinweise auf die verwandlung des osiris durch den ausfluss von yellow cake und die bestattung der gefährlichen exkrimente abfälle texte und archäologische billige der gräber zeigen eine die weisen auf eine breite palette von merkmalen auf die im detail die modernen prinzipien der unterirdischen lagerung langlebiger radioaktive atomabfälle weitgehend entsprechen die grabgewölbe wurden per jet genannt was wird schon öfters gehört haben und genau diese beobachtung liefern beweise dafür dass es in der alte ägyptischen geschichte zwischen 3000 und 2500 vor christus bunker mit merkmalen und restwirkung von radioaktivität gab die auf eine absichtliche organisierte vergrabung langlebiger atomabfälle hindeuten es werden keine kommentare zu den fragen nachdem wer wie und warum dieser technologie abgegeben die über den rahmen dieses dokuments hinausgehen und das ist wirklich schade aber da werde ich zum ende des videos dann noch mal was sagen und diese hypothese ist natürlich wie immer recht unorthodox und widerspricht den gängigen ansichten was mich absolut nicht interessiert und dann haben wir den krebs im heutigen ägypten die allgemeine bevölkerung des modernen ägypten weist eine hohe krebsart auf eine studie von 99 bis 2005 im delta zeigte dass die inzidenz von hematopoetischen krebserkrankungen viel höher war als in benachbarten vergleichbaren ländern und dann haben wir krebs im alten ägypten mehrere moderne forensische studien bestätigen eine unerwartet hohe inzidenz von hematopoetischen krebserkrankungen im alten ägypten studien an skeletten von verschiedenen fundstätten und das verschiedenen zeiträumen zeiträumen haben beispielsweise für mehrere osteolithische lesionen von mielom degenerativen gelenkerkrankungen schädelporosität und nasopharynx nasopharynx karzinomen mit raten von viel höher als in modernen populationen festgestellt genau also das ist wie ihr seht ist hier wirklich eine radioaktive belastung der bevölkerung nicht nur seit heute sondern schon in der uhrzeit hier vorhanden und wenn wir hier mal ein bisschen weiter scrollen genau hier geht es dann noch dass hier der alter das alter beim tod das durchschnittsalter 60 ist bei westeuropäern also uns ist ein erwartetes alter von 60 bis 70 jahren und das ganze ist dann hier genau also es ist wie gerade eben schon gesagt hier eine höhere belastung die dann auch zu einem höheren tod führt vorhanden was hier sehr interessant ist es gibt hier noch ein unterklaster und zwar schauen wir uns das mal an die französisch-toskanische expedition champignons expedition von 1928 bis 1929 verbrachte monate damit die pyramidentexte in den pyramiden von sakkara zu studieren woraufhin sechs teammitglieder einen frühen ungewöhnlichen tod fanden champollion von hieroglyphen rum im alter von 41 jahren wegen erschöpfung apoplexie in der dann der bertin der es mit 29 auf unbekannte weise verstorben roselini mit 43 jahren wegen malaria el hote mit 38 jahren gesundheitlich angst schlagen ricky oder richie im alter von 39 jahren zurückzuführen auf eine infektion durch einen skorpion stich und lennart im alter von 57 jahren der hatte fieber dann gibt es sammler und händler es besteht der verdacht dass die frühen grabräuber und händler von denen einige frühstaben mit dem umgang mit ägyptischen artefakten in verbindung stehen ballerini starb mit 33 dieser richie mit 39 pelzoni mit 45 an der ruhr salt starb mit 47 in ägypten nachdem er eifrig für britische museen gesammelt hatte lebolo mit 49 unter datansi mit 56 beide waren bekannte sammler und händler kater starb mit 65 an lymphdüsenkrebs nachdem er eine umfangreiche sammlung betrieben hatte darunter auch gegenstände die unrechtmäßig aus tuzgrab entwendet worden waren und drovetti starb mit 76 in einer irrenanstalt dann bei den illustratoren der mehr ein haufen illustratoren damals dabei gab meine lieben zuschauen personen die das alles aufzeichnen die ganzen hieroglyphen und so weiter und da wurden 34 personen aufgeführt und zwar von diesen illustratoren von denen man hätte erwarten können dass sie viele stunden in den gräbern verbracht haben um die inschriften und wandgemälde zu kopieren viele von denen starben sehr früh zwischen 30 und 40 und das durchschnittliche sterbealter lag bei 55,5 jahren verglichen mit einem gesamtgruppendurchschnitt von 60 und einem erwarteten europäischen durchschnitt wie wir vor schon gehört haben von 60 bis 70 jahren und so den gemeldeten cases of death also todesfällen denke ich mal gehört ein fall von leukämie und andere charakteristische fälle die auf vergiftung bei ritchie zum beispiel diabetes bei burton und variationen von krankheiten lungenentzündung schlaganfällen und so weiter zurückzuführen sind und schauen wir uns noch hier ein bisserl den hintergrund kontext an die orthodoxe sichtweise der mastaba als grab spiegelt eine humanisierte religiöse interpretation interpretation des alten osirien wieder bestattungsrituale seit frühester zeit war der humanoide gott osiris als sohn des sonnengottes rar bekannt der sich auf der erde manifestierte und die menschheit vor der dunkelheit zu retten osiris starb wurde aber wieder zum oder ist dann wieder auferstanden sein leichnam wurde rituell vorbereitet mit kuchen und bier gefüttert und dann in eine steinkammer gelegt wo er sich auf magische weise in glühendes licht verwandelte und in den himmel ausstieg und um im himmel mit gott dem vater wieder vereint zu werden die frühesten ägypter des alten reis die glaubten dass dieser prozess buchstäblich und physisch wahr sei durch alchemie oder magie vollbracht werden kann und von gewöhnlichen menschen nicht verstanden werden kann zeitgenössische ägyptologen bezeichnen die pyramide als auferstehungsmaschine nach der pause der ersten zwischenzeit circa 150 jahre fünf bis sechs generationen erbten die einfachen ägypter die grabliteratur des alten reiches die angeblich große geheimnisse birgt die alten texte warnten davor die geheimnisse zu enthüllen und dieses buch ist geheim zeigen sie es nicht dem einfachen volk lassen sie es niemand niemanden sehen die einfachen leute kennen dieses buch nicht zeigen sie es keiner anderen person es ist ein wahres geheimnis das niemand kennt das buch der toten unterschied auch zwischen den früheren königen des alten reichs und der gewöhnlichen menschheit die in der übersetzung als gemeines volk charakterisiert wurde und da gehe ich dann gleich noch darauf ein hier haben wir genau hier haben wir zum ägyptischen buch der toten das magische essen wurde als chifo beschrieben leichtes essen in form von kuchen und bier oder brot und milch und usires wurde safran kuchen gebracht also ein gelber kuchen in der truhe wurde ihm safran kuchen gegeben die safran kuchen sind das auge des horus safran kuchen gelber kuchen wurde in einer reihe von nahrungsmittel zaubern in den sagt texten ausführlicher beschrieben in denen der ausfluss aus magischer nahrung von unbekannter hieroglyphe in portionen fünf die bewegung des sonnenlichts erfolgte in portionen von 235 portionen in den hieroglyphen umgekehrt und dieser yellow cake damals schon wieder ist heute als roherz von uran 235 bekannt dem hauptbrennstoff der modernen kerntechnik roher yellow cake reicht nicht aus um eine kernreaktion auszulösen und muss auf eine höhere konzentration angereichert werden die dann in form einer gekühlten milchigen flüssigkeit vorliegt und dieser vorgang der wurde auch in den sarktexten in erkennbarer terminologie detailliert beschrieben das essen yellow cake wurde hergestellt also gebt euch das mal aber da sage ich dann später noch was dazu wie gesagt ich möchte hier das hineinschauen in diesen artikel unterbrechen denn der geht noch relativ lang ihr findet wie gesagt den link dazu in der video beschreibung und wie man das ganze übersetzen kann das denke ich mal werdet ihr selber herausfinden also ich habe es mit google übersetzt ich bin nicht so der dipel fan und vor allem ich muss mich nicht bei google da anmelden und das ding übersetzen zu können bei dipel schon aber ist ja auch total total egal dieses buch der toten ich habe hier eine muss ich echt sagen ich bin öfters hier mal auf der seite was war denn das ägyptische totenbuch und das haben sie ja eigentlich ganz nett zusammengefasst wie viele alte kulturen verfügten auch die alten ägypter über ein reichhaltiges glaubenssystem an das leben nach dem tod und betrachteten den tod nur als den anfang einer langen und beschwerlichen reise in die ewigen länder der mit hindernissen und dämonen übersehte weg ins paradies war für die verstorbenen im alten ägypten ein tückischer weg und das sogenannte buch der toten diente daher als leitfaden um den verstorbenen dabei zu helfen sich in diesen übernatürlichen terrain zurechtzufinden trotz seines namens ist das ägyptische totenbuch überhaupt kein buch es handelt sich vielmehr um eine sammlung von zaubersprüchen die über einen zeitraum von etwa 1000 jahren geschrieben wurden und keine formale reihenfolge struktur oder erzählung aufweisen jeder dieser zauber soll einem verstorbenen helfen eine bestimmte herausforderung zu meistern der in der unterwelt der er in der unterwelt begegnen wird verschiedene kombinationen dieser beschwörungsformeln finden sich auf papiere die in gräbern neben leichen aufbewahrt wurden die frühesten dieser zaubersprüche wurden um 2400 vor christus auf gegenständen in den grabkammern der ägyptischen könige gemalt und wurden als pyramiden texte bekannt spätere versionen bekannt als coffins texte also sagt texte wurden in die särge nicht königlicher eliten eingraviert bevor dann die sammlung im 16 jahrhundert vor christus unter dem titel der book of coming forth by day neu herausgegeben wurde das buch war nun für jeden verfügbar der sich ein exemplar leisten konnte es wurden von schrift es wurde von schriftgelehrten verkauft und galt als unverzichtbare ausrüstungsgegenstand für diejenigen die sich darauf vorbereiteten die welt der lebenden zu verlassen typischerweise kauften sterbende sterbliche nur bestimmte kapitel und es wurde noch nie ein grab mit der vorständigen zaubersammlung gefunden erst 1842 wurde die sammlung als totenbuch bekannt als der deutsche ägyptologe karl richard lepsius den text unter diesen namen veröffentlichte was steht denn in diesem totenbuch oder buch der toten die verschiedenen zaubersprüche in ägyptischen totenbuch sollten den menschen helfen die richtigen dinge zur richtigen zeit zu sagen um der vernichtung zu entgehen und das ewige leben nach dem tod zu erreichen nach altägyptischen glauben mussten die toten durch die unterwelt reisen um den gott osiris zu treffen anschließend wurden sie nach der rechtschaffenheit gerichtet mit der sie lebten allerdings wurde dieser weg von furchtregenden monstern und anderen übernatürlichen übeln bewacht die unterwegs besänftigt oder gezähmt werden mussten viele der zaubersprüche im buch der toten dienen dazu dem verstorbenen mit den sätzen auszustatten die er zitieren kann um die feinde zu besiegen andere enthalten antworten auf die vielen fragen die die götter den toten auf ihre reise stellen diejenigen die es nach osiris schaffen mussten dann die namen jeder der zwo und 40 gottheiten aussprechen die über die seelen der toten richten anschließend mussten sie das sogenannte negative geständnis ablegen indem sie bestätigen dass sie im laufe ihres lebens 42 verschiedene sünden von mord bis diebstahl unterlassen haben glücklicherweise wurden alle diese informationen im buch der toten niedergeschrieben so dass diejenigen die vor ihrem tod ein papyrus kauften sich kaum sorgen machen mussten erst wenn all diese herausforderungen gemeistert waren konnte das herz des verstorbenen auf einer waage gegen eine feder gewogen werden wenn die waage im gleichgewicht war wurde das individuum als frei von sünde beurteilt und ihm wurde zugang zum leben nach dem tode gewährt diejenigen jedoch deren schwere sünden den ausschlag gaben wurden sofort verschlungen und für den rest der ewigkeit zur vergessenheit verdammt sehr schön ich bin ja schon in videos zu den zu der sphinx und zu den pyramiden bin ich ja auf die geschichte schon mal eingegangen für alle die das ganze interessiert ich habe hier eine virtuelle fassung ich habe auch eine tatsächliche physikalische fassung hier bei mir daheim und hier haben wir eine schöne sag ich mal fassung die online frei verfügbar ist der egyptian book of the dead von renouf le pasch und das ist hier von 1904 und das ganze ich blätter mit euch mal kurz rein wenn euch das ganze interessiert mal im buch der toten zu gucken was denn da so drin steht ob da vielleicht sinnvolle sachen auch für euch drin stehen machen wir das mal hier so und das ist wirklich sehr interessant sich da mal durchzulesen ich mache das ganze mal größer weil ihr habt hier drinnen auch sind schöne grafiken auch mit eingeführt die das ganze dann symbolisch auch noch mit untermauern und ist wirklich gut geschrieben ist zwar auf englisch es gibt natürlich auch deutsche versionen ich bin aber ein fan von diesen alten wirklich sag ich mal der zeit entsprechenden zur entdeckung passenden englischen übersetzungen und mit diesem lepsius wie gesagt da können sie auch gucken über lepsius habe ich ja auch vor kurzem wo ich von diesen teleportationskammer in england im friedhof erzählt habe bin ich ja kurz auf diesen lepsius eingegangen wie gesagt das ist hier meine quelle wo ich immer wieder oder in der zwischenzeit ist nicht mehr so oft aber für öfters reingeschaut hat mir das auch durchgelesen habe was sind die alten ägypter uns mit dem buch der toten da mitteilen wollten auch wenn es nie ein buch war wie wir gerade eben gelernt haben aber in der zwischenzeit ist es ein buch und der findet dieses buch bei archive.org und den link dazu findet ihr natürlich in der video beschreibung holen wir uns mal so ein schönes bild her um meine schlussgedanken mit euch zu teilen so jetzt haben wir gerade eben gelernt und es passt auch die symbolik hier drinnen gerade dass es keinen fluch des pharaos vermutlich gab sondern dass hier die menschen absichtlich vergiftet worden sind weil die ägypter in den grabkammern ihrer wichtigsten personen radioaktiven abfall entsorgt haben sie mussten diesen radioaktiven abfall entsorgen da diese radioaktive abfall wenn sie das nicht gemacht hätte auf die bevölkerung noch negativere einflüsse gehabt hätte wie wir gerade vor gelernt haben dass sie alle sehr früh schon verstorben sind und wenn sie das nicht gemacht hätten wären sie wahrscheinlich noch früher verstorben und das ist hört sich alles toll an ich finde es ziemlich intelligent und da muss ich da tauchen fragezeichen auf wie wir gelernt haben in dieser wissenschaftlichen abhandlung dass diese fragen die ich mir stelle dass die natürlich jenseits sind von dem was in dem dokument behandelt wird und auch wahrscheinlich nie behandelt werden warum dieser radioaktive abfall also ganz ehrlich wenn ich mir das so durchlese inklusive all dem was ich seitdem ich mich für diese geschichten interessiere also seit weit über 35 jahren die ägypter auch oder wenn sie ägypter wirklich waren haben radioaktive substanzen absichtlich wissentlich produziert mit dem wissen auch was man damit erreichen kann und mussten so wie wir heutige menschen gucken was du dann mit diesem radioaktiven abfall nachdem der nicht mehr sag ich mal die potenz hatte den entsorgen und was gibt es besseres als in die wichtigsten grabkammern der wichtigsten persönlichkeiten diesen abfall mit hineinzulegen um das grab zusätzlich zu schützen vor grabräubern die es ja damals auch schon gab jetzt warum woher also woher das wissen welche apparaturen oder welche techniken wurden durch diese radioaktiven stoffe von den ägyptern oder wer auch immer das war betrieben sind das überreste der atlanter gewesen die vielleicht ägypten und so weiter gebaut haben die ägypter das ganze nur dann übernommen haben und die ägypter dann überlegt haben scheiße was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen zeug weil wenn man sich das irgendwie sieht der toll aus wenn man sich das umhängt verreckt man und wenn man sich da irgendwie ein haus draus baut dann krepieren alle die da drin wohnen also müssen wir das zeug irgendwie entsorgen oder haben die ägypter tatsächlich selber dieses radioaktive material genutzt um zum beispiel die löcher zu bohren um die pyramiden zu bauen um andere sachen zu erstellen wo wir uns heute noch fragen stellen wie haben die das damals gemacht und das sind fragen ich glaube ich muss da noch mal in mich gehen ich muss da noch ein bisschen tiefer recherchieren denn das krasse ist dieser artikel den ich euch da vorgelesen habe und gezeigt habe der bestätigt eine theorie die schon seit langem pflege und viele von euch vielleicht da draußen auch und da muss immer gucken ob es noch ein bisschen handfestere beweise oder beweise gibt um so eine theorie zu untermauern ich möchte es nicht weiter jetzt ausbauen weil das wird sonst geschwurbel und ich möchte schon in meinem kanal bei den fakten bleiben und nicht irgendwie abdrehen was ich schon immer gesagt habe nur weil irgendjemand einen fliegenden schiss auf einer fensterscheibe filmt und sagt weil es so aussieht oder aussehen könnte wie ein ufo dass es dann ein ufo ist und die außerirdischen gleich da sind nein das ist nicht der inhalt meines kanals aber wir sind uns alle einig wir haben gerade gelernt dass dort radioaktive stoffe entsorgt werden mussten und um die gräber zu schützen war das so no brainer eine win-win situation schütten wir einfach diesen radioaktiven abfall wo wir ganz viel davon haben in die grabkammern rein und fertig wenn jemand reingeht verreckt erhalten hat auch nichts von dem was er da gefunden hat und die sind ihren radioaktiven abfall auf der oberfläche los und das ist da muss ich sagen da zieht es mir die schuhe aus und mit genau diesem gedanken verabschiede ich mich ich wünsche euch einen schönen feiertag morgen für alle die auch einen brückentag haben wie ich wünsche ich ein schönes viertägiges wochenende und ich hoffe wie immer dass euch das ganze gefallen hat wenn ja lasst mir doch gerne einen daumen nach oben da sowie ein abo wenn euch das ganze nicht gefallen hat ihr aber immer noch am zuhörensatz ich danke euch für ihre zeit und ich würde sagen wir hören uns alle bei meinem nächsten video also macht es gut euer peso servus schüttelgeist 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 Untertitelung des ZDF, 2020